Herzlich willkommen zu den Buchgesprächen. Er ist dafür bekannt, dass er über die Dinge des Glaubens in origineller und eingängiger Sprache reden kann. Prelat Dr. Wilhelm Imkamp, der Wallfahrtsdirektor am mittelschwäbischen Marienheiligtum Maria Vesperbild. Einmal mehr hat er dies in seinem Werk »Sei kein Spießer, sei katholisch« unter Beweis gestellt. Dort finden sich Wendungen wie »Blitzeis des Zeitgeistes« oder »Verwohnzimmerung der Kirche«. Über dieses Buch möchte ich mich nun mit seinem Autor unterhalten. Herzlich willkommen, Prelat Imkamp. Was charakterisiert eigentlich einen Spießer, der den Blick für die katholische Weite verloren hat? Engel. Engel, ein Fokus auf seine Umgebung, nahe Umgebung, fokussierter Blick. Die Diktatur des Mann. Was trägt man? Was sagt man? Was tut man? Was tut man nicht? Der Spießer ist allgegenwärtig, in jedem Milieu, auch in den Milieus, die sich für ganz besonders abgehoben und weltoffen halten. Spießer sind vielleicht sogar die vorherrschende Spezies. Und Spießer haben immer Schwierigkeiten mit dem Christentum im Allgemeinen und der katholischen Kirche im Besonderen. Denn die katholische Kirche ist nie eng, sondern immer offen. Deswegen ist es auch nicht möglich, als Katholik Nationalist zu sein. Man kann Patriot sein, aber nicht Nationalist. Und so stößt die katholische Kirche immer wieder auf Zeitgeistwiderstände. Und diese Widerstände sind in der Regel ganz furchtbar spießig. Ihr Buch, sei kein Spießer, sei katholisch, hat eine Vorgeschichte. Was ist die Grundlage dieses Buches? Die Grundlage dieses Buches sind Journalisten. Es waren Gespräche mit vielen Journalisten. Und als dann der Verlag auf mich zukam, habe ich gesagt, ja Leute, ich mache sowas, aber ich will nicht über die Köpfe reden, sondern ich will mit einem Journalisten bzw. einer Journalistin sprechen, die soll aus meinen Arbeiten, aus den Interviews, selbst herausdestillieren und fragen. Dann weiß ich, was interessiert und kann darauf noch einmal fokussiert antworten. Und so ist in einem, sozusagen in einem journalistischen Destillationsprozess dieses Buch entstanden. Stichwort journalistisch. Kai Diekmann, der frühere Chefredakteur der BILD-Zeitung, hat das Vorwort dieses Buches geschrieben. Wie kam es dazu? Ich habe also überlegt, wen bittest du um ein Vorwort? Da wäre natürlich die Möglichkeit gewesen, irgendeinen bedeutenden Kardinal oder einen bedeutenden Bischof oder einen super tollen Professor. Und da habe ich gesagt, na, die wissen ja all das schon, was du sagst. Denen brauchst du nichts Neues zu sagen. Du willst doch Menschen erreichen, die das anders sehen. Die ganz irgendwo anders stehen. Im Übrigen, wie willst du eigentlich reden? Und ich bin der Meinung, dass wenn unsere Predigten in der katholischen Kirche mehr im Stil der BILD-Zeitung als im Stil von der moralinsauren Zeit wären, dann hätten wir mehr Erfolg. Es gibt eine Angst in der Predigt, in der Verkündigung vor Schlagzeilen. Es gibt eine Angst vor einer komprimierten Sprache, die sehr deutlich ist. Im Grunde hat ein Prediger die gleiche Aufgabe wie ein Bildredakteur, einen komplizierten Sachverhalt auf zehn Zeilen eindampfen. Und da ist mir Kai Diekmann eingefallen, der ein bewusster Katholik ist, ohne damit hausieren zu gehen, aber auch ohne es zu verstecken. Genau der richtige Mann. Und der hat es auch kapiert. In Ihrem Buch singen Sie ja das hohe Lied auf die Volksfremdigkeit. Sie sagen, das ist ein Wesenszug des Katholizismus. Warum ist es falsch zu behaupten und zu denken, dass die Volksfremdigkeit nur etwas für schlichte Gemüter sei? Also ich bin mit den schlichten Gemütern schon mal sehr vorsichtig. Ich kenne schlichte Gemüter, die wesentlich intellektueller und intelligenter sind als mancher Lehrstuhlinhaber. Jesus hat gesagt, selig die Armen und Kleinen. Und das müssen wir tatsächlich ganz ernst nehmen. Ein Gebet vor einer Gottesmutterstatue, ein Gebet bei einer Wallfahrt, ein ganz schlichtes, einfaches Gebet, meinetwegen sogar, ich bin klein, mein Herz sei rein, ist doch viel mehr wert als eine hochspekulative Abhandlung einerseits und andererseits und außerdem ich im Dialog mit Kant über das höchste Wesen unter ganz besonderer Berücksichtigung von Freund Hegel. Das interessiert keinen. Und das trifft auch den Menschen nicht. Volksfremdigkeit trifft eine anthropologische Grundbefindlichkeit des Menschen. Und nachdem wir nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil in Mitteleuropa den Kontakt dazu verloren haben, konnte die Glaubenskrise voll durchschlagen. Wer sich bei jeder Marienstatue überlegt, ob man Mariendogmen heute noch so ausdrücken kann, wer Schwierigkeiten hat mit dem Lied, segne du Maria, segne mich dein Kind. Also, da sollte in die religiöse Therapie von mir. Zum Thema Einfachheit zählen ja auch die Sakramentalien. Sie sagen, die Sakramentalien haben eine ganz große Bedeutung für die Seelsorge. Welche Wege eröffnen denn gerade die Sakramentalien kirchenfernen Menschen? Gerade kirchenferne Menschen?